Hurry up, please. Machen Sie bitte den Koffer auf. Hat meine Tochter gemacht? Sie ist fünf. Meine ist vier. Die kann Häuser und Bäume. 60 Millionen Gemälde wurden in Frankfurt geklaut. Ein schwarzes Quadrat. Ich bin die Cruise-Managerin hier. Und Sie sind dann David Bowie. Und Sie sind Elvis. Ich glaub, so ein Programm auf dem Kreuzfahrtschiff ist nicht so wild. Guck, so können richtig zu. Du bist wohl. Welche Phase denn? Späte Phase. Die beiden sind niemals du wild. Wir sollten dem nachgehen. Was geht's noch? Das ist illegal. 60 Millionen. Stillzeit nur ein quadratisches Bild. Das holt ja schon mal die Farbe an. Wo ist das Bild? Ich hab jetzt berechtigten Grund zur Annahme, dass auf diesem Schiff hier mehrere Leute in diese Sache verwickelt sind. Machen Sie die Damen mit einem Tanz glücklich, das ist unsere Maxime. Sie haben auf so eine ganz eigene Art und Weise eine besondere Bühne präsent. Ich bin auf der Suche nach einem Luftzug. Das sind Verbrecher. Du willst ein Bild? Gib's mir zurück. Wollt ein Bild? Mann, endlich passiert hier mal was Aufregendes. Mann, endlich passiert hier mal was Aufregendes. Das letzte Mal bin ich so gut untergetaucht. Hat eigentlich keiner bemerkt, dass ich wieder aufgetaucht bin. Mann. 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 Mann.